Was geht YouTube und herzlich willkommen zur fünften Episode von Road2Pro, fünfte Folge, Fortnite ist angesagt, heute mit zwei Gästen und zwar mit dem Massi. Hallo? Ich hörte ernst, hört ihr mich? Ja, hallo, hörst du uns? Jo, ich hör euch. Hast du die Begrüßung gehört? Nein. Okay, du hast genau richtig hallo gesagt, besser hättest du nicht sein können. Und Sweezy ist dabei. Was geht? Und ja, wir gehen jetzt zu dritt in den Squad-Modus rein, das bedeutet wir haben immer pro Gunfight quasi wahrscheinlich einen Gegner mehr. Und Massi ist hier der OG, deswegen würde ich sagen, darf er heute mal entscheiden, wo wir heute rausspringen. Ach Jungs, ihr kennt das doch. Filted Tower. Ja, aber das wollte ich hören, Massi. Digga, let's go. Warte, da werden uns eine Sekunde. Da werden locker 100 Leute, drop mal, aber egal. Okay, lass mal, wollen wir hier direkt hier vorne rechts. Lass direkt diese ersten, entweder das erste links oder das zweite rechts. Okay, diese beiden Hörer, die wie ein L aussehen, lassen die gehen, oder? Ja, genau, genau. Okay, da ist auch immer eigentlich stabiler Loot. Soll ich das Video dann wieder nennen, wie soll ich das Video nennen, die besten Loot-Tipps? Nein, ich bin direkt neben ihm, oh Gott, ich hab so... Ja, ich seh's. Ich muss hier schnell. Ja, warte, warte, ich geh hier direkt unten, warte, ich hab direkt Dinge ins. Oh Gott, hier ist einer, hier ist einer direkt, wie sagst du? Ich hab nur ne Piste, ich hab... Oh mein Gott, der holst mich. Er ist direkt über mir, er ist über mir. Er schaut ganz so easy, aber... Warte, ich komm, ich komm, warte, ich bin hinter ihm, ich bin hinter ihm, ich bin hinter ihm, ich bin hinter ihm, ich bin hinter ihm. Nein, ey! Wo ist der? Ich hab keine Money mehr! Ich hab keine Money mehr! Wo ist der denn? Das bist du, das bist du, mein Gott, ich hab auf... Warte! Warte! Nein! Hab ihn, hab ihn! Oh mein Gott, Digga! Alter, Jungs! Ja, vor allem, ich hab mein halbes Magazin erstmal in dich geschossen, Suisi! Ja, Marcia hast auch gekillt, Digga! Weißt du, was ich gemacht hab? Ich wollte schießen und trink das Getränk vor ihm! Warte! Hab ich euch beide gekillt gerade? Ja, beide! Du kannst uns nicht killen! Hä, nicht? Nein, er hat uns gekillt! Lol! Lol! Ich will schießen und denk, ich hab die Waffe draus und trink das Getränk vor ihm! Der ist halt keine Money mehr, man! Warten Anfang für die Folge direkt! Ja, auf jeden Fall nice! Leute, die Schüsse kommen die ganze Zeit von da oben, ne? Von 240! Ja, 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 lass die aber durchmachen! Wenn die Jungs übrigens, wenn ihr in so Häusern seid und Paletten seht, baut die sofort ab, die bringen so viele Häuser! Ich weiß, ja! Ja, solche Tipps sind genau gut für den Anfänger, Marcelo! Das Problem ist gerade... Ich hab nur ne MP, das ist mein Problem! Ja, genau solche Probleme hab ich nämlich auch! Okay, komm, lass einfach rein da in die Action, ich seh die Jungs! Oh, wow, wow, wow! Ja, ich mach jetzt richtig risikotypico, Jungs! Warte, 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 warte! Ich hab nur, ich hab Choke-Ausrüstung, warte, wenn ich jetzt... Same! Bist du da hochgeklettert? Er ist am Fenster, er ist am Fenster, er ist am Fenster, er ist am Fenster hier! Ich seh ihn! Zweiter Stock! Unter dir, zwei Etagen unter dir! Zwei Etagen unter mir, okay, alles klar! Bei irgendwas zum Heilen, Digga! Versuch's, warte Jungs, ich versuch's! Schuizio, wo schießt du hin? Ey, der schie... hier ist der Gegner, der Shotgun! Nein, der hat mich gesehen! Wo denn? Ich glaub ich bin hinter ihm! Nein, der ist hier, Digga! Ich kann nix machen! Er hat ne Shotgun und... Warte, warte! Ja, ich bin doch... Drei Leute hier bei mir, Digga! Oh mein Gott! Ich bin so gut wie tot, Jungs! Digga, was macht dieser Typ hier? Digga, bei mir waren drei Leute, ich konnte nichts machen, ich bin direkt gequittet! Ach, ne Falle ist hier drinnen! Nice! Ja, Digga, bei mir waren drei Leute... Ich geh volles Risiko, wenn ein Ding... Ja, ich bin alle! Die holen mich! Ja, jetzt ist nur noch Marcel da, easy killed für mich natürlich! Mein Baba Loot! Oh nice! Such immer in den Kopf zu schießen, dann hast du dieses Ding-Geräusch! Ding-Geräusch! Digga, ich liebe das wie Sweezy so direkt rausgeht und uns gar nicht zuschauen! Ja, ist auch so, Digga, er ist schon so egomäßig in der Lobby! Ja, ist so draußen, Digga! Wolltest du mal jetzt Ace Happn win holen? Ohne Scheiß, Mann! Ich hab gerade echt Scheiße gespielt, ich streng mich jetzt an! Ja, ich hab nen Turn-Up kassiert! Echt jetzt? Wollen wir echt wieder Tilted gehen? Ja, ja, lass Tilted! Oder wollt ihr nicht? Warte, lass Shifty Chefs, das ist auch gut! Schwipsy Schweps! In Shifty Chefs, da kommst du mit übel viel Holz raus und eigentlich auch mit relativ gutem Loot! Ich bin ja noch nie runtergegangen, Digga, immer Dings hier! Da unten in der Mine, unten in der Mine ist schon ein guter Shit! Oh, aber einer ist viel früher! Ein ganzes Quad ist viel früher! Wo geht ihr hin? Wo wollen wir hier? Ich weiß es nicht, Digga, ich war hier auf der Niedergang! Ich würd sagen, lass nicht in die Mine, weil die werden in die Mine gehen, glaub ich! Ich weiß nicht, wo ihr seid, Jungs! Ich versuch einfach nur ne Waffe zu finden! Versuch irgendwo auf der Oberfläche zu landen, quasi! Ich bin neben dir, Marcel! Ja, ich bin in der Mine, hab aber ne Shotgun! Ist auch da, wenn alle runterspringen, komm, dann geh mir auch runter! Nein, nein, ich bin hier, Marcel! Warte, die Waffe hier oben! Seid ihr unten? Seid ihr unten? Ich hab lieber Shotgun, Jungs! Nein! Perfekt, perfekt! Ich hab auch ne Shotgun! Ich hab auch Shotgun! Ja, bei mir ist einer! Ja, oben! Aimed! Hab ihn! Ich hab auch so mit auf ihn geschossen! Warte, lass ihn, lass ihn, lass ihn! Finish ihn nicht! Damit seine Mates kommen und Hoffnung haben! Ich bleib hier oben! Ich hätt Glück hier! Müssen eh irgendwo von da hinten, von dem Haus kommen! Wie hast du den? Ja, also ne, ich hab ihn nicht gekillt, aber... Hier oben ist noch ne Kiste, Jungs! Ja, ich hör die auch! Boah, nice! Grüner AR! Boah, ich hab noch gar keine AR! Wer baut er? Wer baut er? Ich hab hochgebaut! Kommt mal her, Jungs! Lass ihn trollen, komm! Wenn er schon so armselig ist! Ja, wo sind seine Mates? Kommt her, kommt her, kommt her! Kommt alle her! Warte! Drei! Okay, tanzen wir! Der Steuerkreis runter eins, zwei, drei! Wie du ihn geschlachtet hast, Digga! Digga, ist so gedemütig! So, jetzt können wir seine Mates kommen, können die Häuser abchecken gehen! Ja, die da vorne, ne? Aber da ist die Tür offen, da war der genau AR drinnen! Lass uns mal zu diesem Vater aller Bäume! Einer ist vor mir, 150! Der kommt, der hat mich gesehen! Kann ich sehen, ich sehen! Er hat mich gesehen! Reiner ist unter uns! Ja, er ist direkt unter uns! Das sind seine Mates, Digga! Ich bin unten, ich bin unten! Hab den unter uns! Ach, Sweezy, ich helfe dir! Hab ihn! Ah, Sweezy! Let's go! Hier ist lila Shotgun, grüne Shotgun! Jetzt haben wir einen nicen Schiff! Ja, hier ist eine blaue AR! Ja, mit Visier! Aber ich hab keinen Bock auf die! Ja, okay, dann nehm ich mir die! Warte! Was ist das für ne lila Ding? Ah, man! Diese Schrot hier Sneak! Äh, hast du die Schrot jetzt da hinten mitgenommen? Die lilan hab ich gesneakt, ja! Nee, nee, komm her, nimm die! Nee, nee, ich will nicht die lilan! Ich will die andere! Lass mal zu diesem, Digga, schauen wir uns hin! Du hast die andere auch mitgenommen, oder? Ich hab die grüne und diese Dings, willst du einen von den beiden? Ja, die grüne! Also ich hab die andere grüne auch, aber ich mach jetzt auch diesen Move, wie du mit den zwei Shotguns, Digga, diese Taktik! Ja, ja, diese ist echt gut, Digga! Ach, du machst dir denn immer so, dass ihr dann schießt, Waffe wechselt, schießt? Ja, genau, dann repetierst du quasi nicht! Ey, Jungs, habt ihr schon mal so einen fetten Baum gesehen, wie auf S, seid mal ehrlich! Warte! Oh mein Gott, Digga! Ja, ist so schön groß! Der Baum, der Baum, es ist wirklich so und es ist nicht irgendwie böse gemeint, der Baum bringt genau 88 Holz! Echt? Ja! Das ist so viel eigentlich für einen Baum! Wie du, du bist echt gut im Bauen hier grad, Digga! Okay, hier sind eigentlich immer zwei Schäden! Nein, nein, ich rutsch runter, ich rutsch runter, ich werde so sterben! Nein! Nein! Ich leb noch, aber ganz wenig im Leben! Also ich kann aber noch, sie haben alle Knie gebrochen, alles! Ja, alles! Das sind Gegner, Gegner, Gegner! 285, 285! Ah, ne Hütte, ja, ich sehn! Hab mich auch gesehen! Alles Digga, du connectest ja mit deiner scheiß Scope AR! Links, 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 links! Da ist er alleine, oder was? Nein, 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 da ist nicht alleine! Warte, ich bin hier! Da ist auf dem Dach, der einen ist auf dem Dach, der der eine ist auf dem Dach! Das ist kein Monat mehr, da ist das wohlsehen! Alles gut! Ich habe alles im Überblick, wenn die uns pushen! Ich geb euch dann Callout! Ja, einer ist oben auf dem Dach, warte! es geht nicht darum geht nicht darum geht nicht darum dort zwei sind jetzt nach links einer ist noch rechts in dem haus jungs ok einer ist oben auf dem dach er ist runter gesprungen eine post weil ich treffe ich habe keine money mehr hatte was ich kann die money geben warte kurz eine schon ich bin hinter ihm ich bin er weiß ich jetzt hier bin er ist hierunter genau hier unter genau hier holt ihr den der ab ihn habe ihn die snipen auf mich was ich gebe dem money brauchst du armonie oder er lasst dir jetzt mal drüben holen was facken denn so ab mann ok perfekt perfekt so ich geh jetzt richtig ich geh wieder aufs dach sie sind immer noch oben auf dem berg massi auf auf dem berg 255 also unten im haus und oben auf dem berg ist ein sniper ja ok ok ich könnte natürlich jetzt versuchen mich von der seite ich versuche ich mache ein bisschen risiko also ich bin von der seite an ja den oben sehe ich auch einen gut gehittet ja ich kann halt nichts machen wegen dem scheiß sniper da hinten man muss den snipers weezy der muss doch ich kommen der muss kommen warte einfach ja stimmt 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 die müssen alle kommen die pushen ja ich mache voll den dummen fehler durch rechts weezy ja die pushen ja die kommen ganz ganz rechts rum weezy ja ich sehe sie ich sehe ich bin auf dem gericht was heißt rechts 330 ja ok ok ich habe einen perfekten winkel auf die einer satz direkt bei mir das ist echt weak weezy das ist richtig weak weezy wo genau warte direkt vor dir quasi an der holzwand ja warte 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 ich glaub mal um die holzwand ja der andere wäre guten winkel auf die andere kann sich doch ganz links noch ganz links genau sie sind alle jetzt relativ weit rechts weil es ist so schwer zu treffen man wird wir haben die ganz nahe ein ist so einer so wie ich ja ich sehe hinter mir noch einer ist dauernd einer hinter dir was sie erwartet hinter dem hinter dir habe ich alles vorhin deshalb weggelaufen ist weg nach ich bin habe mich dann offen wie viele hier rumliegen hier so viele leichen ist komplett tot ja nene ich mich könnte man theoretisch noch hielen aber hatte ich versuche mich so ein bisschen in sicherheit ist auch mich schießt gerade osama beladen sein agentenwerfer ich hab zwei warte sauber suizy nein 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 noch eine vorliebe so ich zu dir kommen hinter die maschine der pusht dich hab ein hab ein der wollte ich gerade hinrichten der ist niedergestreckt hier nein nein ich hab keine moni wo ist das suizy hab ihn hab ihn hab ihn oh mein gott das war meine beste fortnite szene meines lebens bis jetzt geh du hin geh du hin ich hiel mich gerade selber ich komm ich komm er kommt noch hier ist noch einer warte 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 ich hab noch kurz Zeit wir müssen aber gleich laufen wir sind am Arsch der Welt er will seinen Kollegen heilen aber ja hab den Kollegen hingerichtet warte 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 er ist aber hier er ist noch hier er will er wird zu Rache wollen warte ich komm ich komm ich komm wir hören nicht mal wenn er kommt ich komm auch zu euch warte 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 ok oh mein gott leute ich bin drin das wird mein erster win ich spür's digger ich bin das nein das bist du nicht er ist hier wo ist hier 70 ich hab ihn hab ihn hab ihn wieso hab ich den kill bekommen what the fuck nein ich hab ihn ne du hast für den anderen ach so den hab ich vor zwei jahren erschossen digger nimm die lila schocker ja ja ich hab die auch so hin geschossen ja jungs laufen 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 guck mal wie weit die warte warte jungs hier ist viel zu viel loot ich muss das mitnehmen wir schaffen das nicht wir werden sterben wegen der zone ja stimmt aber ich hab halt wir werden so sterben digger guck mal wo die zone bitte ist ok scheiße wir werden echt sterben das ist so weit weg na ja ich muss mich hochheelen ich hab so das massaker hier gerade gemacht ja ich weiß ich weiß nicht wie ich hier rauskommen soll jungs ja ich laufe wir schaffen es easy oder marcel ja hier leute jetzt kommt der nein das ist schlecht das ist schlecht so nein ich muss direkt heilen ich hab acht leben ich hab acht leben nein ich schaff's nicht ich schaff's nicht ich bin da und warte ich kann rauskriechen aber es geht so schnell weg digger oh mein gott zu easy du glaubst du krieg zu mir krieg zu mir ich weiß ich versuchte ich muss mich kurz heilen ich muss mich kurz heilen es wird so knapp digger es wird so knapp nein es ist unglaublich es ist fotografisch nein warte 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 geschaffst du mir ja ich schaff's ich schaff's ich schaff's ich schaff's ich schaff's ich schaff's ja ich schaff's das ist unglaublich ich bin tot nein oh mein gott ich habe mich nach dem verband hin können was ich wenn du es wenn mach das ist ja doch du könntest es auch schaffen die gemacht sei wie hast du es bitte geschafft komm lass sie warte ich hiel mich grad aber das zieht so viel ab gerade mal alles belastend digger oh gott digger was ich muss mir eisheft die verbände ballern gerad ich hab sogar und du hast sogar 100 dings hier digger ja mach ich schaff's du's glaube ich doch 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 warte das wäre legendär digger gönn dir es wird so knapp aber ihr hättet mich noch heilen eventuell ja dann komm lauf ich lauf um mein mutters ehre digger es ist so heftig er hat ob du es schaffst digger er schaff's wirklich oh mein gott warte ich krieg ich krieg ich krieg ich auch dein lebe oh mein gott das gibt's nicht digger ey was haben wir hier gemacht das ist die heftigste folge aller zeiten oh mein gott zieht mich aber jetzt hab ich halt nichts habt ihr noch irgendwas ich hab vier verbände ich hab zwei gönnt mir mal gönnt mir mal ich brauche ich will hier hoch bauen ich weiß ja noch schien ja nicht oder naja ich hab mir grad zwei gegeben verwendet habe ich noch zwei ich hab selber shield dies ne ich brauche mit 50 hier gleich direkt wieder weiterlaufen das schaffen wir jetzt easy jetzt ist easy jungs ja die ständige zone ist jetzt so lahm aber trotzdem haben was ja kurz die erwarteten schüsse sind halt hier von ohne hoch hier wird das hoch gebaut ja ich soll mich rechts lang weil die zone dabei sein sollen die alle digger sie erwarten was rechts erlass rechts lang das auf die warten ja ok was ich weiß noch ein verwandt jungs da bin ich vor eines hinter und auch wir können wir challengen lassen zu diesem haus dagegen 1 20 jungs ich habe auch echt noch viel zeit eigentlich um vor wir dozieren doch wir gehen da am falschen richtung kann den ganzes court auf n o ich habe dieses haus hier nehmen warte mal ich komme durch ich glaube halt da weil die zone dort enger ist oh mein gott ich habe so dazugelernt jungs ich sehe es dir du sollst dich also also was halt auf n o war ein komplettes quad bei diesem berg bei diesem berg ja ich bin in per überheit geht stehe leute oder drei waren schon viele und so die bau so so genau genau Marcel hinter die der nacken ist offen pass auf so ich komme ich komme unter das einfach in diesem wald reinkommt man mit ja ich sehe einfach in diesen wald rein sorten wir überlegen lass kurz gucken ob rechts da jemand von uns noch kommt ja ab die jungs wenn einer raketen hat gibt mir bitte ich habe ein raketenwerfer warte ich schau mal warte komm mal her zu mir die bauen hier gerade ne die bauen hier gerade bei O ich habe sechs raketenmassen ja nice perfekt warte warte ich hab dir nicht alles gejobbt wenn ich einen sehe schieße ich dann oder schieße ich dann nicht nein lass es koordinieren ich sehe ihn halt ne hast du richtig guten Sight dann mach ne ne nicht richtig gut ich hab ne Sniper lass lieber mich versuchen warte wo sind die denn genau jetzt oh 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 da bauen die sich gerade hoch da oben eins ja oben 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 ja das sind so viele da oben die haben da so ein challenge mich um meine mutters vergangenheit zukunft und gegenwart ja warte ja ich hau ab dicke das ist echt echt blau ey die müssen eh move'n ja ja die müssen move'n doch doch ja dann lass rechts ja lass uns rechts rum komm es wie gesagt recht soll ich uns hier so ne festung bauen ja wär nice digga ja bau bau hier genau wenn wir jetzt hier bei uns oh mein gott oh mein gott oh mein gott tschüss alles gut kommt hier rein kommt hier rein jungs zu mir ja warte warte ich komme mein gott ich baue hier unsere scheiße digga was mach ich dann kommt nur noch einer nein du hast zugemacht warte warte ich muss rein ich muss rein ich muss rein warte ich baue dir ne tür auf der anderen seite hier ist eine tür marcel kannst reinkommen nichts ich find's nicht digga wo ist hier 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 du wieder machst du wieder wieder ich bin so wartet jungs müssen wir uns erstmal hier die beiden bombardiert die anderen aber egal das scheiß drauf wollen wir uns so ein baut euch so ein baut euch so die bauen sich das world trade center neu auf naja ich baue eins noch höher ich baue mich das auch so zu guck mal was ich mache digga aber vor mir ist ein fetter baum das ist mein problem ja ich seh ihn ich schieß den weg dem baum ich mein's ernst ja rechts von uns könnten halt eigentlich auch gegner noch kommen digga hinter uns so jetzt 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 einfach nur saft wie nur third person gewinnen den shit jetzt wenn man baut wie ein anderes ja ok ich dachte das sieht so heftig aus digga ich dachte er geht auf uns digga das sieht so heftig aus massi ja digga er springt runter er ist so runter gesprungen digga hinter uns hinter uns auf S auf S ja hab ich doch gesagt hinter uns digga komm ich einer irgendwie heal ja ich komm grad bei dir rein aber da muss ich da irgendwie so hoch das kaputt bauen oder so ja baue ich aber mach grad kaputt einer ist so runter gesprungen digga fuck ich hab auch keine verbänder mehr ich hab noch zwei mir ist es wohl den headshot gegeben von hinten ich muss dir grad alles abbauen mein gott digga digga das gibt's nicht wie hoch muss man denn schießen digga das ist kompliziert ich muss aber bitte wie hoch muss man schießen ey was auf die range an ja so hoch ist das aber nicht Marcel ich schieß immer schon digga massi willst du mich verarschen digga wie hoch hast du mir gebaut ja digga ich hab hier so'n scheiß tower gemacht jetzt sei erster endlich mein gott digga digga die müssen jetzt move'n ja hat einer Verbänder für mich? nicht oder? ne also doch massi äh maxi hab ich ihn zweimal getroffen hab ich ihn zweimal getroffen ja ich hab zwei ich hab zweimal hier getroffen die kommen jetzt hier alle kannst du die Verbänder geben schnell? oh gott oh mein gott ich bin weak ich bin sowas von tot digga ich bin tot komm ich hier die ganze zeit zu jungs ich mach auf risiko grade was wir müssen auch gleich move'n digga danke ey lass doch links noch ganz schnell looten digga mach ich grade mach ich grade haben die die Verwände oder so er hat ne Ska gib mir die Ska ich hab die Ska ich hab die Ska ich hab die Ska ich hab die Ska hast du eine AR? ähm ARs liegen hier ja hier liegt sogar ein Raketenwerfer wo bist du denn? wow die Zone ruft okay ich muss los ich muss los digga ja die Zone ruft oh mein gott die wird mir so Damage geben links in Gegner und rechts seid einfach vorbereit ja rechts von dir Marcel auf er ist rechts von dir siehst du nicht? pass auf der ist richtig open ich hab nichts zum bauen digga gar nichts kommst du mir kommst du mir rechts 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 kommst du mir ich save euch aber links sind auch von uns Gegner also beiden Seiten hab ich oben gegeben ja warte ich mach uns hier alles zu nice perfekt das sieht doch schön aus warte ich bin aber draußen ich bin außerhalb ich bin down ich bin down wenn du die Wand einfach wieder kaputt machst hier dann kannst du mich holen warte ich guck mal ob die ey die Burschen die sind direkt unter uns mach sie ey easy easy mach sie schnell helf mir warte warte ich bin da ich bin da warte ich bin da nein S one bullet S one bullet Digga Masi S one bullet ich bin down ich schwörs dir hast du ein Line S is one bullet ich schwörs dir S is one bullet jo 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 ja er schießt auf mich oh mein gott digga nein dritter dritter ja aber meine beste Platzierung bis jetzt ich schwörs dir er war one bullet ich wurde dann von der anderen Seite abgeschossen weißt du was das Problem war irgendwie wir hatten einfach so zu wenig Heal Zeug und so und ARs und so wie viele Kills hattet ihr? 5 3 3 auch na gut Leute dann bedanke ich mich fürs zuschauen ich würde sagen die Folge war richtig cool checkt auf jeden Fall die Kanäle von den anderen beiden ab haut rein bis zum nächsten Mal Ciao Ciao